Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play oder eher sollte ich sagen Let's Watch Late Shift, der interaktive Film. Ich hoffe ihr erinnert euch was beim letzten Mal passiert ist, weil ich kann das gar nicht so richtig wiedergeben. Auf jeden Fall das letzte Mal wurden wir von, sind wir von einer Brücke gefallen, nennen wir es einfach mal so und ich hoffe wir sind daran nicht gestorben. Schauen wir mal. Okay, das schaut nicht so aus als wären wir tot. Es hört sich an, als würde was brennen und es schaut auch so aus, oh shit. Meinst du jetzt alle tot außer uns? Das wäre ultra geil, wenn alle bösen tot sind. Was nein, versuch jetzt auch nicht, versuch die bösen jetzt nicht auch noch. Bist du irgendwie wahnsinnig? Bist du irgendwie wahnsinnig, Matt? Dass du nicht einfach wegläufst, zur Polizei gehst und die hierher führst, damit sie, falls die noch leben, die verhaften können und wenn nicht, dass alles geregelt wird. What the fuck ist mit dir, Matt? Du Vollidiot. Ach Gott, warum macht er das? Warum hat er das? das gemacht ich weiß es nicht ist so dämlich warum hat jetzt auch noch diese komische schütte war was ist mit dem warum hat diese komische schüssel ich mein gut ist viel wert aber gut vielleicht aber beweismaterial aber wer schon clever hier polizei hoffentlich Wenn ich den Ball wieder bringe, dann bist du ein Fuss. Du hast nur geholfen dein Leben. Du kannst nicht nach der Polizei gehen. Warum? Du bist in der Auktionhaus. Du bist ein Kriminein. Nein, nein, ich bin ein Sicherheitsgericht und ich bringe den Ball wieder. Du bist ein Accessoire. Plain und einfach. Nein, nein, nein. Schau mich. Komm mal, mein Link. Westerblock, ja? Hebt die Hände, sicherheitshalber. Geh einfach mit erhobenen Händen. Wobei, wobei, vielleicht, das macht dich eher verdächtig. Okay, sie haben uns nicht erschossen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, jetzt müssen wir denen nur alles erzählen. Ich bin unter dem Arrest. Not yet. Das ist gut. 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 Die werden uns nicht helfen. Ich bin aus der Warmes Kult in die Angst. Oh, das ist wieder convenient. Warum hast du mich nicht, warum du das Bolle und wer du es für hast? Ich habe gesagt, es war für diesen Mann, Mr. Wu. Er läuft ein Restaurant in Shoreditch, das ist all ich weiß. Tony Wu ist in der Rune neben uns. Und er hat sehr überzeugt, dass er nicht involviert ist. In fact, wenn wir ihm das Bolle was, wenn du ein Bolles bist, dann hat er auch ein Bolle zu zweit. Und er hat einen Bolle zu zweit. Er... ...dann die Choy-Familie sind? Weil es Tone Wu gibt, und er ist gut, dass sie nicht mit ihnen sein haben. I think you didn't realise that until after you stole the bowl. And now you're sitting here, shitting yourself, looking for a way out. I want you to talk to somebody. What, who the fuck is this? Do you recognise this woman? What the fuck is this? Yeah, I don't know. Yeah, doch, this is the... What do I have here? Answer her. It's the Chinese bowl we stole from the auction house tonight. No, it's not. Even though it fools the eye, I must admit. Which is why we rely on an effect called thermoluminescence. It's used to determine when the porcelain was fired. The bowl was created during the late Ming dynasty, somewhere between 1368 and 1644. So it should be between 647 and 371 years old. I guess that's about right. But unlike the bowl I examined this evening, this thing here is less than five years old. So where is the original? Oh fuck, no. Hey, where is it? Fuck. Das muss diese Mailing haben. Oh Scheibenkleister. Start talking. To a solicitor, no one else. Das ist auch eine gute Idee. Das kann man immer sagen. Appreciate you coming down, Mr. Han. We'll keep you informed. Hat ein bisschen gedauert, die zu erkennen, ohne den kommischen Anzug. Matthew Thompson. I am arresting you on suspicion of armed robbery. What the fuck? You do not have to say anything, but it may harm your defense, if you do not mention when questioned something you late when you lie on in court. Anything you do say, may be given in evidence. Look, I really don't know where it is. Tell it to your solicitor. Vehicle 721 in position on Sinterrode. Copy that 721. Please hold until further notice. Where are you taking me? CID at Knightsbridge. They want you to talk into the robbery. If you want my advice, I'll help them do it. We want to help, but it doesn't believe us. Get a year or two off your sentence. Scheiße, ich hätte doch Mei Ling irgendwie... I can't believe it's come for this. Where did I go wrong? Where did I make the wrong choice? Clyde, you see this? Ja, wir hätten Mei Ling was sagen sollen. Über die was sagen sollen. Was ist jetzt los? What the fuck? Was ist jetzt los? Oder ist, oder ist, oder? What the fuck? Was ist jetzt los? Aber es scheint auch nicht zu Ende zu sein. Also wir sind noch nicht tot. Das ist gut. Huh? Wo ist es? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo ist es. Wir haben alle eine sehr lange Nacht. Wenn du nicht in deinem Gefühl hast, dann kann ich dir, dass du auch noch mehr kommen kannst. Sorry, dass du hier bist. Ich habe noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört. Das ist uns. Ja. Ja. Wir sind jetzt, glaube ich, in richtigen Schwierigkeiten. Sind quasi von der chinesischen Mafia entführt worden. Lies. Ja, wir haben sie wirklich nicht. Die Reisboehler, was wir getan haben, wo hast du ihn geholfen? Oh, schau, ich habe nicht deinen verdammten Reisboehl, oder? Das Respekt wird verpflichtet. Jetzt für das letzte Mal. Wo ist die Reisboehler, die du von der Auktion genommen hast? Nicht die Kopie, die du zur Polizei bringst. Die original. Die original Ball, die du zerstörst, wo? Du hast den falschen Mann. Äh, haha. Was, das schaut nicht gut aus. Was ist denn da? Ja. Du weißt, wo der Ball ist. Du und deinem Freund. Nach der Tür. Beide, wie du es wissen. Wer meint jetzt mit Freunden? Was hast du mit dir gemacht? Also, hast du deine Partnerin mit ihr mit ihr? Äh, das ist Mei Ling. Nein, ich habe ihn mit ihr nicht. Nee. Ich habe sie nie mit heute Morgen. Genau. Okay, ich war Teil der Robberie, aber es war nicht meine Wahl. Ganz genau. Ich weiß gar nicht, was über Fakes oder Forgerie oder was anderes für das Thema. Okay? So, wie ich mich interessiert, ist der Ball in meinem Pocken, was ist der echte Ball? Oh, das ist dein Problem. Was ist der Ball? Das ist ein Problem. Wo ist das Ball? Was ist das? Du bist der Ball? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe nicht verstanden, was du zu mir sagen? Ja. Fuck, fucking hell. I haven't got your fucking right spot, okay? Fuck! I don't care if you have it or your girl. The ball is ours. First to tell truth, it's free. The other is punished. The classic prisoner's dilemma. Game theory, first term. Whatever I tell them, lives or dies on what Mei-Ling tells them and vice versa. If our answers are inconsistent, one of us dies. Oh, scheiße, jetzt müssen wir auch noch erraten, was die sagt. Choose. What? Choose punishment. Know your fate. Äh. Das lange? The long one. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Vielleicht ist das dünn, oder? Vielleicht ist das nur ne Nadel, oder vielleicht ist das auch gar nichts. Very honorable death. What? Nee. Nee, okay, okay, na. And it twists your intestines like a key. Okay, kann ich mich umentscheiden? Come slowly over a long, long time. Gray. Where is the bowl? The original bowl. Can I trust her to be reasonable? Or will she keep quiet? Because if she does that, she dies. Okay, 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 wir retten uns. Fuck this. Okay. Die ist böse. Okay, ich will das. Ich bekomme dir den Ball. Was? 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 Nein! Und? Hä? Was will der jetzt? Was haben wir jetzt vor? Ich kann dir nicht sagen. Ich muss es für dich bekommen. Nicht gut genug. Das ist die einzige, die du es bekommen. Und wenn wir nicht, dann würde ich lieber nicht die Schüssel bringen. Warum reden die alle chinesisch? Also gut, es sind Chinesen, aber egal. Endes, ich sag nichts. Wait! Und die ist jetzt doch nicht tot. Ich dachte, der hat sich jetzt gerade abgestochen. Oh, fuck me. Wer zur Hölle ist Paar? Ist das der... Nee, das ist... Who the fuck ist nochmal Paar? Shit. Ist das einer der Toten? Wer zur Hölle ist Paar? Wer war Paar? Shit. Weh, ich muss mir das jetzt. Okay. Okay. Paar. Ich muss diesen Mann bezahlen, was er uns hat getan hat. Was ist er in der Hölle? Was ist er in der Hölle? Die Untertitel spinnen völlig, glaube ich. Es stimmt überhaupt nicht, aber egal. Okay, das hinter uns sind aber keine Bullen. Oder? Nee. Ach, wir bleiben ruhig. Ja, ruhig bleiben ist gut. Wenn wir gekämpft hätten, die uns vielleicht verhaftet. Das sind doch Polizisten. Ich dachte, weil das sah nicht wirklich aus wie ein Polizeiauto. Es sah eh aus wie irgendwie ein Typ, der sich so Licht ans Dach gemacht hat. Na gut. Blieb mir, der Mann, der Lilly schockt mich. Shit. Der Auction-Güter, Jeffrey Lilly, strangelt. Er hatte access zu den Ball, nachdem der Export auf der Stelle hatte. Genau, bevor wir ihn verholt haben. Genau. Wie finde ich ihn? Ich dachte, wir sollten jetzt irgendwie Paar oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr, was abgeht. Also so Pi mal Daumen, ja, aber... Leclerc? Hi. Ich bin wirklich sorry zu call this late, aber ist Sebastian at home? Wer spricht, bitte? Es ist Stan, von Work. Ich habe er in einen Schaden. Ist er all right? Ist er at home? Nein, nein, er ist nicht well. Er hat ihn zu dem Krankenhaus. Er hat eine riesige Concussion. Es ist horrible. Ich bin wirklich sorry zu hören. Woher sie ihn haben? Sie haben ihn zu St. Thomas. Aber sie werden mir nicht besuchen, bis morgen. St. Thomas. Danke. Ich bin wirklich sorry das passiert. Ich bin wirklich nicht. Es ist nicht Ihr fault. Ich bin wirklich, aber... Okay. Wir betrachten diesen peinen Mann, was ich besuchen kann. Wir sollten vielleicht zuerst zu Paar, wer auch immer das ist, und dann hierher. Ach so, das ist die von ganz am Anfang. Ne, aufgeben geht nicht. Wir können nicht einfach aufgeben. Ich bin zu ehrlich, aber... Ich bin zuerst und zuerst. Ach so, ditto. Oh, schau. Ich weiß, du denkst, ich habe dich überrascht, aber die Schrauben aus dem Haus hätte mir das Leben geholfen können. Ist das das Beste, was du tun kannst? Bestich sie. Wir haben Geld. Wir haben doch den Tausender, oder? Ich kann dir die Gelegenheit am nächsten Wochenende geben. Zu früh. Zu klein, zu früh. Liz, kannst du mit diesem Visitor, bitte? Ich kann ihn nicht mehr informieren. Ich kann ihn nicht mehr informieren. Okay, Doctor, das ist großartig. Danke sehr. Fuck. Bye. Hi. Hallo. Okay, jetzt müssen wir den suchen, oder was? Zumindest bei uns hier in Österreich. Ich weiß nicht, ob es in England oder... Ich glaube, das spielt in England. Ja, am Anfang. Die erste Szene war England. Das ist definitiv London. Stehen da auch Namen an den Türen? Oder nur Nummern? Ich weiß nicht, ob es in England oder in England oder in England ist. Achso, nee. Das wurde in dem Ding ges... Ich erinnere mich. Das wurde gerade in der Brille gespiegelt von der. Aber Moment. Das ist der doch gar nicht. Achso, ne, oder? Achso, ne, es wurde nur irgendwas mit 7 angedeutet. Ich, äh, boah, scheiße. Ich muss echt besser auf diese Kleinigkeiten achten. Oh, ja. Leclerc, 703. Das habe ich jetzt gesehen. Darauf habe ich geachtet. Okay. Wir dürfen den nur nicht irgendwie aufregen, sonst geht das Heartrate-Monitor ab und dann kommen die. Und mit die meine ich die Krankenschwestern und dann kommt die Polizei und dann sind wir gefickt. Das ist gut. What are you doing here? You remember me, right? You shouldn't be here. Nurse? Nurse! Now, you listen to me, mate. I'm a peaceful man, okay? I do not want to hurt you. But if you try that shit again, I swear to God, the bits of your heart are going to get a whole lot worse. Do you understand me? Do you have a deal? Yes. Good. Now, tell me about your deal with Samuel Parr. I know you replaced the porcelain raspord with a forgery. That's a lack. Bluff weiter. Hinter der Bühne. Backstage? You know nothing. You need not scare me. There's nothing you can do. I mean, it's just a matter of time until the choice will find you. Where's the rice bowl? It's stolen. Look at me. I was beaten up. Where is it? Where'd you put the original? I didn't put it anywhere. I know you switched it, Sebastian. Where is it? I didn't take it. This is a definite line. Do I really want to cross this? Nein, nein, shit, das ist... Don't you get too comfortable, mate? Alright? You're still up to your neck in this. The choice are after anyone who came into contact with their bowl. And if they catch me, the first fucking thing I'm gonna tell them is that you know where it is. Genau, das hab ich mir gedacht, sollte er sagen. Do you want to discuss this with me? Or with them? Okay. Okay. I swapped it. I swapped it in the elevator. The original with the forgery, and I hid it. The cabinet. Pa's cabinet, he bought an auction. There was a secret compartment in it, right? Yes. Is that where it is? Is the bowl still inside? I don't know. This is the truth. The security took everything to the safe storage after the robbery, and they brought me here to the hospital. It's safe storage. So it's still inside Haynesworth. Okay. Oh, painkillers, thank Christ. Will this get me into the vault? Yes, if you can get to it, yes. I was never here, all right? Yes. And you never heard about a hidden compartment. Go outside. Yeah, yeah. I think that... Come on. I think that... I think that's not really a good thing or really a good thing. I think that's just a good thing. I think that's just a good thing. I think that's just a good thing. But I would say... We're... We're going to have a good thing. We're going to go back to the... To the... Where we are broken. We're going here. But that's next time. And I hope... I'm not sure if that's when I then... Well, that's the end of an episode of the episode. Because I took the first two episodes. I took a time to go back. I'm not sure if I was going back. We've got to go back. If I just want to go back. I hope you just want to go back. wir sehen uns dann auf jeden Fall aber beim nächsten Mal mit genau denselben Entscheidungen zur Not spiele ich halt wirklich alles nochmal beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Late Shift und bis dahin sage ich Tschüss Leute